So, willkommen zurück. Ja. Wir wollen mal eine Ankündigung machen. Und zwar habe ich schon die ersten Subs auf meinem Twitch-Kanal bekommen. Ich bin ja seit zwei Tagen ein Finiator-Partner. Ich wollte mich an der Stelle erstmal bedanken für die Unterstützung. Da wurde auch schon gechirrt, also ich habe schon ein bisschen Einnahmen. Ich kann das dann wieder einsetzen, mir den einen oder anderen Zusatz-Equipment zu kaufen. Ich wollte mich an der Stelle bedanken. Auf Twitch heiße ich Akku-Power-Let's-Play. Äh, Entschuldigung, nicht Akku-Power-Let's-Play. Auf Twitch heiße ich Akku-Power-Twitch. Ja, also ganz wichtig. Auf Twitch Akku-Power-Twitch. Akku-Power-Twitch. Unbedingt mal eingeben. Oh, jetzt ist die Frage. Ah, okay. Interessant. Das war die FV-Arty. So, an sich kein Damage gemacht, aber... ...mein Panzer beschädigt. Die FV-Arty mag mich. Ich habe ich jetzt festgestellt. Ich bin auch leicht erkältet. Checkt, wie gesagt, meinen Twitch-Kanal ab. Akku-Power-Twitch zusammen geschrieben. ... ... ... Was ist das? T57er in der Mitte Interessant Interessant Nein, 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 nein. Okay. Natürlich zieht er mir jetzt mein Amorek. Natürlich, selbstverständlich. Und unsere Artis sind mal wieder AFK anscheinend. Die schießen irgendwie auf gar nichts. Ne? Hallo, wir haben drei Artis, der Skorpion ist auf, warum stirbt er nicht? Kann mir das jemand logisch erklären? Viel HP ist nicht mehr da. Wie gesagt, es würde mich mega freuen, wenn ihr mal meinen Twitch-Kanal besuchen geht. Akko Power Twitch. Je mehr Leute dort sind, desto mehr Spaß wird es machen, zu streamen. Ich glaube, ich habe eine Rechnung mit dieser FV-Art. Die wahrscheinlich irgendwo hinten in der Ecke sitzt. Ich glaube, ich habe eine Rechnung mit dieser FV-Art. Wäre schon schön, wenn ich die Arti noch snacken kann. Ja, ich würde die gerne rausnehmen, um ehrlich zu nennen. Die hat mich nämlich das ganze Spiel genervt. Ja, Badget-Arty. Wie wäre es? Och, komm schon, Alter. Wir wollen das Ding rausnehmen. Weil der so genervt hat. Der muss sterben. Wir wollen das Ding rausnehmen. ... ... ... ... ... lol ... ... ... ... So, dann die nächste Runde. Was nehmen wir denn? T110 E4 oder wahlweise E100? Ja, ansonsten, ihr wisst, ich habe auch einen Kraftsportkanal namens Akko the Persian Killer. Links unten in der Videobeschreibung. Twitch auch 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 unten in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Jetzt ist die Frage, soll ich links oder rechts? Was ist schlauer? Ist der Foch von denen hier irgendwo, ist die nächste Frage. Werde ich hier weggeschossen, wenn ich vorfahre? Ne, der Foch ist in der Mitte. Ja, ich bin mit AP an einem billig Ding, der Platz gebounced. Oh, die Grille steht auch da. Ganz interessant. Ja, ich bin mit. 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 Ja, da spottet ja keiner. Links komplett ungespottet. Hallo, da ist die Grille. Hier links oben ist die Grille. Kann jemand mal spoten? Wie ich schon mal in einem Tutorial gesagt habe, ob der Web links und rechts... Ja, ich kassier die ganze Zeit von dieser Grille, weil den keiner spottet. Keiner spottet diese Grille. Er kann tun und lassen, was er will. Er kann tun und lassen, was er will mit seiner Grille, weil den keiner spottet. Hallo, kann jemand mal diese Grille spotten? Ach, da ist er doch. Ey, wie die diese Grille einfach ignorieren und der da damage machen darf die ganze Zeit. Mann, Bulldog, Alter, fahr doch mal dahin und spotte den, damit er uns nicht die ganze Zeit die Birne wegschießt, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 M41er Jo, ich hab nicht mehr genug Gold, ich hab das leider für die ganzen 10er ausgegeben, damit ich die schneller erforschen kann. Zurücklegen vielleicht. Nee, egal. Jo, die Grille von denen konnte da richtig die ganzen Bretter raushauen. Jo, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen auf Twitch wieder sehe. Hier, Akko, Power, Twitch, zusammengeschrieben. Vielen Dank fürs Zugucken, bis dann, ciao.